So, dann waren Sie ja vor kurzem erst hier mit dem Wirtschaftsminister. Wie war Ihr Eindruck vom Altsfelder Bahnhof? Also von außen gesehen ist es ein sehr schöner Bahnhof. Auch der Bahnhofsvorplatz ist schön und gut gestaltet. Innen drin sieht es ziemlich schlimm aus. Also das, was uns am meisten negativ aufgefallen ist, ist eben die Tatsache, der ist nicht barrierefrei. Also wenn jemand mit einem Rollstuhl zum Beispiel käme, der kommt gar nicht zu den Gleisen. Leute, die Fahrräder mitbringen, die müssen die Treppen hochtragen. Also das ist, glaube ich, das, was erst mal am dringendsten wäre. Generell arbeiten wir darauf hin, dass wir viel mehr Verkehr auf die Schiene kriegen, also von der Straße weg auf die Schiene. Und das sind natürlich richtig dicke Bretter. Das heißt nämlich auch die Schiene ausbauen, also zusätzliche Gleise verlegen, auch alte Bahnstrecken reaktivieren. Also Tarek Al-Wazir hat jetzt zugesagt, die Lumtertalbahn und die Holoftalbahn zu reaktivieren. Und in diese Richtung wollen wir weiterarbeiten. Das dauert natürlich etwas, aber in die Richtung müssen wir weitergehen. Jetzt ist es ja schon so, dass Beamte beispielsweise Freibahn fahren dürfen. Finden Sie es nicht unfair, dass nur Beamte nur Freibahn fahren dürfen? Ja, ach, ich glaube, es wäre schade, da jetzt so eine Neiddebatte aufzumachen, weil unsere Intention ist ja zu sagen, wie kriegen wir die Menschen in die öffentlichen Verkehrsmittel, in die Busse, in die Bahnen, in die Züge? Und wo können wir was tun? Und deswegen haben wir als Land Hessen, als Arbeitgeber gesagt, wir können unseren Leuten, die für uns arbeiten, so ein Ticket geben und den Schülerinnen und Schülern. So, und dann haben wir schon mal eine große Bevölkerungsgruppe, die dann eher Bahn fährt. Und wenn die Nachfrage dann steigt, dann muss auch weiter ausgebaut werden. Das Fernziel ist aber, dass immer mehr Leute so ein Ticket bekommen und dann auch Bahn fahren können. Alsfeld, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen hat, hat sehr, sehr schlechte Luftwerte. Was kann man da konkret tun? Das ist eine schwierige Geschichte. Also die Luftwerte liegen ja da in den Alsfeld, also Sie meinen gerade mit Stickoxiden und CO2-Ausstoß ist in Alsfeld ziemlich drastisch. Alsfeld hat ja einen irren Lkw-Verkehr. Also zum einen die, die die Landstraße abkürzen, also die B254, dann von Fulda bis Alsfeld fahren, statt hintenrum über die A5 und die A7 zu fahren. Das ist ein Problem. Und zum anderen ist es auch viel Lieferverkehr. Das ist natürlich was, das kann weder die Stadt Alsfeld alleine lösen, noch das Land Hessen. Sondern das sind eben auch Bundesentscheidungen. Also zu sagen, Lkw vielleicht noch weiter Sperrungen auf Landstraßen aussprechen, damit die gar nicht mehr fahren können. Aber auch zusehen, und da sind wir wieder beim Thema Schienenverkehr. Also wir hatten früher sehr viel Transportverkehr auf der Schiene. Und das gibt es kaum noch. Es ist alles auf die Straße verlagert worden. Und das müssen wir wieder ändern. Jetzt noch ein kleines aktuelles Thema. In der Alsfelder Stadtpolitik wird gerade darüber diskutiert, ob der Marktplatz vielleicht autofrei gestaltet werden soll. Wie stehen Sie dazu? Darüber haben wir gerade letzte Woche mit Bürgermeister Paula auch gesprochen. Das sind auch ein bisschen widerstreitende Interessen. Für die Bürgerinnen und Bürger wäre es wunderbar, wenn der Marktplatz autofrei würde. Das ist ein wunderschöner Platz. Da kann man sich schön aufhalten. Das sind Cafés. Aber andererseits sind ja auch die Geschäfte. Und wir wollen ja auch diesen kleinen Einzelhandel erhalten unbedingt. Und die sagen schon jetzt durch diese Sperrung, durch die Filmaufnahmen, die aktuell dort sind, haben sie starke Umsatzeinbüßen zu verzeichnen. Also müssen wir das irgendwie zusammenkriegen. Das heißt dann, die Autos müssen schon in der Nähe des Marktplatzes parken können. Die Leute kommen halt hier mit dem Auto aus den umliegenden Ortschaften auch. Aber dass der Marktplatz dann nicht immer zugeparkt ist, ist auch ein Ziel. Das kann man dann erreichen. Also man muss irgendwie einen Kompromiss finden zwischen diesen Interessen. Aber die Leute müssen eben auch zu den Geschäften kommen können, klar. Letztes kleines Thema ist auch, Sie fahren selber auch gerne Rad, ist einfach der Ausbau der Radwege, der vorangebracht werden sollte. In Alsfeld stößt das auch immer wieder auf Diskussionen, dass die Radwege hier ausgebaut werden. Wenn oder Einbahnstraßen auch für Radfahrer freigegeben werden beispielsweise, können Sie auch die Autofahrer verstehen, die vielleicht genervt sind von Radfahrern links und rechts? Aber das ist ja genau die Herausforderung. Ich weiß nicht, waren Sie schon mal in Amsterdam? Da fahren nur wenige Autos. Die meisten sind Elektroautos. Aber es gibt unglaublich viele Radfahrer und Fußgänger. Das alles auch auf sehr engem Raum. Man muss es eben nur regeln. Also mit wer fährt wo, wer hat welche recht. Und ich denke halt auch wirklich, gerade mit E-Bikes könnten noch viel mehr Menschen auf diesen kurzen Strecken umsteigen und einfach mit dem Fahrrad fahren. Das ist so entspannt. Man kommt noch in die frische Luft, bewegt sich ein bisschen, man hat diesen Stress nicht mit Parkplatz suchen. Wenn wir alle versuchen, ein bisschen mehr zu laufen, ein bisschen mehr Rad zu fahren, dann entspannt sich das auch noch mal ein Stück. Okay, super. Das war ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank.